Stimmt. Deswegen mach ich sie mal jetzt rein. Ich muss halt auf deiner Position spiel ich halt eher von weitem weg. Ja. Ist immer noch festgelegt. Ja, bei mir ist auch immer noch der Dings drin. Die Führigkeitsgrad ist festgelegt. Können wir vielleicht schon im Orbit rumgammeln? Ja, vielleicht Charakterwechseln oder so. Okay. Okay, boss. Dauert er nicht lange, PS5. Und wenn man sich eine Waffe von der App rüberschickt, aber man keinen Platz hat, wird die letzte ersetzt und es landet dann im Vault, die andere Waffe, da ist sie gerät. Ja? Wartest du dir? Keiner hat dir zugehört. Ach, nix. Irgendwas mit Tresor. Okay. Wenn eine Postschelle übergelaufen ist. Nein, wenn ich von der Ich-Tag-Commander-App eine Waffe rüberschiebe, aber ich habe keinen Platz mehr. Geht doch gar nicht. Doch. Doch, doch, das geht gleich, geht's auch manchmal in Tresor. Tresor, okay, das wollte ich wissen. Ja, das habe ich schon da hin und dort. Ah, das darfst du auch Bier. Also schon mal Holz im Kühlschrank. Ja, ich hab was rein, du. Ja, jetzt. Was ist das? Statt nicht dran. Nee, bei Warte auf Truppführer stand da nur irgendein Symbol. Warte auf ein Führer? Was? Wenn's jetzt komplett easy ist, dann ist's witzig. Es war die ganze Zeit schon easy. Ja, ja, war weg. So, ich muss noch Dings reinmachen. Solar... Stasis... Stasis? Ich glaub, Stasis ist besser gegen hier. Stimmt, ich muss auch noch wechseln. Wir haben keinen Platz mehr, alles voll hier. Ja, ich will nicht. Ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht. wo sind wir denn hier jetzt weiß das ist bei mir wie hoch ist ein ideal 1 20 oder was ist nicht mehr immun weg da raid kommando ja jetzt gehen sie so schnell dauernd ich glaube schon Ja. Bäm. Gott, das ist ja angenehm. Wir werden das nicht schaffen, Day One. Hast du gar keinen Aims im Ziel? Nein. Oh Gott. Eine Milliarde Mal angenehmer. Tüter gefallen. Geh ich wohin. Die Besser machen ja gar keinen Damage mehr. Wo ist der? Das war so, als hätten wir gleich Hard Mode probiert. Ja. Ja. Tischt euch. Bei mir rechts lebt noch, am Savito. Besser Vitor ist down. Agent drin. Es geht los. Unten. Hier unten der. Vorne gleich. Ja. 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 Der noch ist drin. Mit der Idee. Ja. Ja. Ich komme. Ich komme. Ich komme von der anderen Seite. Ähm. Ja. Noch keiner. Ja. Ganz rechts. Warte, bis zum Schlagen. Warte, 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 warte. Erst wenn alle da sind. Bei dem Video warten die mal, bis alle da sind. Ja. Ja. Jetzt denk an die Teile, an die Pfarrstelle. Jungs, ich gucke mal unser Damage. Guck mal unser Damage. Guck mal unser Damage. Guck mal unser Damage. Ja. Achtung, es geht los. Links, 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 links. Jo. Oben links, würde ich sagen. Mach da auch die Aufzüge wieder runter. Kuss. Scanner ist unten nieder. Okay. Was machst du auf? Okay. Jungs, 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 wo ist... Hallo. Schieß das erste Matze ab. Ganz links. Muss hier alleine den machen. Der Pencher wird er. Guck mal. Scanner drin. Ich muss hoch. Ich nehm den Scanner wieder. Ja. Fünf Stunden bin ich da. Bin jetzt drin. Ja. Ja. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Ja. Geht was vorn. Kommen wir jetzt erstmal neue Servitoren und so, oder? Ja, ja. Jetzt beginnt es ja von vorn eigentlich. Mach doch gerade es ist doch jetzt gerade egal eigentlich. Ja. Ja. Wie schnell die Servitoren und alles da unten gehen. ja ja aber ich glaube auch keine gegner was hat mich gegen die wand gehauen ich habe versucht ein schwert aber wo ist jetzt der scanner das gerne muss irgendwo und ich hatte angefangen sehen ich ja ihr habt schon alles müssen ein müssen raten wie die in dem rechts oder alle waren so nice aber die brauchen ist genau trotzdem ich sehe es hängt schon an in der mitte Nein, ein falscher. Was war mit dem Scanner jetzt? Warte mal, ich brauche die RISK, wenn ich gebaut kann. Ich mach die raus. Mit EXO? Oder mit was? Okay. Sollen wir die Guillotine nehmen oder was? Ist das besser? Ja, ich glaub. Koppeln ist reich, das ist ja nicht krass auf Damage. Ja, Moment, ihr seid noch nicht. Schon krass. Ja gut, das ist kein Wunder, dass wir das nicht gemacht haben. Für den World First. Ich weiß nicht nur noch, zwei Stunden fertig war. Orbital-Plattform kompromittiert. Status war noch unheimvoll. Auf jeden Fall. Krasser wäre es, wenn es wirklich World First geben würde. Und irgendwas. Ja, es ist wirklich entspannt eigentlich. Mach den Agenten kaputt. Mach den Agenten kaputt. Tschüss. Boah, jetzt. Haben wir alles? Ja. Naja. Eins da wieder lebt auch noch. Wo ist der? Ah, ist da vorne. Stürf. Und hinten. 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 Hinten, aber. 3 Ja Jetzt bin ich mal n Strich weg Ja Ja, genau so. So, ja, warte, ich denke, ich kann noch wieder. Links? Oben, links dann. Gib uns gerne wieder runter. Links oben. Da ist schon ein Scanner bei euch? Da ist Scanner schon runtergegangen. Scanner ist schon unten gelöst. So. Boah. Loll. Alter, Alter. Links oben. Alter, war das knapp, Junge. Immer sagen, Alter. Nein, nein, nein. Ich spieße, Alter. Ich spieße Gold. Schwert mit Schwimmen. Zu wem soll ich? Ich komme hoch. Zu wem? Immer zufrieden. Unten rechts, mach mal. Unten rechts? Unten rechts, unten rechts. Unten rechts. 12 Sekunden noch. 12 Sekunden noch. Äh... Ich weiss ein Kriss, Edi. Okay. Äh... Schieße mal auch Aufzüge, ich gehe einen runter jetzt. Ne, das war... das sind ja alle unten. Geht's ja wieder von vorne los, hoffe ich. Mhm. Aber für mich geht die Schweber fast genauso schnell wie vorher. Ja, schon. Der Vita ist down. Was geht los? Hier unten gleich. Unten. 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 Ich gebe Scanner runter. Scanner ist unten. Ja. Ja. Hier, halb links. Schau Party. Ich hab' das. Ich geh hoch. Geruch. Ich geh hoch. Ich hab' ich geh hoch, daneben. Ich summe das. Jetzt ne? Du bist zur Seite! Der Hof ist noch mal was innschenäuhergern! Rechts, rechts, Jungs recht. Janine Kinn helmer das. Alle zwei bei den flows Wheelch an! Ah, unterscheiden hier bei Detonero Group Ja, da habe ich überhaupt nicht. gedacht der war und schaut mit dem schwertigen links bitte bei die wie viel hast du noch ich habe es dir abgeschossen jetzt wird es wird sie kommen dann kommt schnell raus oh mein gott ich gehe wieder runter ich hole den scanner wieder doch jetzt noch eine phase und dann haben wir uns rechts jetzt erst mal wieder klären dann ich mag gegner da jetzt ja unten kommt zu mir rein jetzt müssen wir schauen uns auf drei aufzüge mindestens unten sind um neue fahrze müssten ja schon vier unten sein eigentlich wir sind zu schnell was geht los oder nicht stürzsignal es kommt hat ja richtig rechts ist er wieder dauernd rechts rechts jetzt bei mir ich springe in scanner rein wo wollen wir machen genaus drin hast du noch zeit notiert hier halb links ich habe das ding ich habe es schon sehr nach oben ich komme ich kann das gerne nehmen wahrscheinlich chris wo hingehen wir links 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 der muss weg erst mal ein boss kurz okay machen dann links auch ich schicke es gerne wieder runter jetzt schon oder ich habe es ich habe es matthias nimmerdings rechts sind 15 sekunden schießt das schon mal ab falls wir sind jetzt hoch oder wie ja 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 matthias dreh dich um schieß bei mir ja wir sind hoch alle und macht das ding noch auf ja alle rein auswärtungsvotokoll eingeleitet und und da ja auch der links daneben ja 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 ah hier links ja jetzt war es schon was ist was lol krass was ich krass ist erbe kinect waffe ich auch was ist das ich ruf linde wie schlecht sind die waffe lege alter schau dich mal meine kinect waffe an den pöck den ersten wotter fack arme auf acht und froh füge neu ich schieße mit der lokale nuklea konnte ach ich trage ich auch eine muniz mehr warte fack wie viel leichter das ist wir haben es direkt beim zweiten versuch geschafft und wo muss man jetzt hin ok schießtempo geht eigentlich lange da stecken mehrere kisten eine kiste haben wir schon verpasst mindestens oder kann man aus dem kisten das glaube ich auch eine wenn ich so leiden kannst du mal du kannst einfach einfach zehn schusskarten Ich muss das immer gefehlen. Fahrzeugschuss. Luft anhalten bringt da nix. Das musst du mir wissen, ich glaube nicht erklären, dass die... ...der ein Schutzschild außen rumbringt. Ich hab... deswegen... Ich hab gar keinen Sorgen. Alter. Komm geht mal. Gau ich richtig? Ist. Das ist normal. Über mich durch die Klarheitskontrolle. Ah, hier ist die drüben drauf, oder was? Ein Lesen aus einer Dimension. Jedenfalls unserer Welt. Da rüber müssen wir, oder? Und die Antwort auf das ewige Problem der Menschheit. Oder? Ja, ist ja. Ja, wo die Gegner sind. Ja, wo die Gegner sind. Oh. Während die Menschheit... Wir sind da runter, vielleicht. Ja, zu Chris. Oder zu Chris. Ja, da hinten Chris, glaube ich, oder? Ja. Euch erwartet nun ein gottähnliches Urteil. Ein gottähnliches Urteil. Nicht cheat mit der Stammfrau, glaube ich. Jetzt hier nach oben, oder? Ist da? Ja. Ja. Ich komme ja hoch. Sieht schon geil... Also, ich muss sagen, sieht schon geil aus hier. Ich komme jetzt hoch. Ich komme jetzt hoch. Kann man nichts gegen sagen. Ah, ja. Ich komme jetzt hoch. Loll, mich hat so ein Schiff mitgenommen in der Luft. Oh! Ja, ich bin bei der Kiste, Jungs. Bin bei der Kiste. Was ist hier auf deiner Seite? Ist ja unfair. Müssen wir jetzt rüber, oder was? Ja, ich bin oben drüber einfach. War es noch nicht aufmachen? Ja, jetzt schon mal kurz. Wir müssen dann lang nach rechts auch. Also, zurück. Zurück und auf meiner Seite, wo ich mit Chris lang gegangen bin. Hier kommen wir ja jetzt gar nicht wieder hoch. Ja, ja, wir müssen jetzt zurück. Und hier, Kater aus, weiter. Jetzt komme ich vielleicht, wo soll man denn hier hinspringen? Ah, hier links. Ah, das Ding. Ja, gut, das schaffen wir ja. Vielleicht. Darüber. Ja. Auch nicht, würde man sagen. Wir müssen gerade aus weiter. ja wir alle jetzt da oder die matze fehlt noch oder den gegner zum nächsten dahin glaube ich das war so ein warlock der wunderschuppen kann wenn du schiebst ich schmeiße ich runter was denn was und dann haben wir einen titan langangriff zum troon oder? komm schon der gegner du spruch die verpiss dich ich bin so zappelst und so roh niger was ist los? ah dann wird das schicken wir mal ein Bier runter warte nur erik nur erik das hast du ja verdient mach doch keine Auge oder einfach die Wiederbelebung wieder runterschmeißen schafft hier nicht schafft hier nicht du ruf doch jetzt ein schlag und weg wer ist der? rüchen du noch mal treuhand jetzt hat jemand schon die kiste aufgemacht okay ich glaube das stimmt jemand hat mich wiederbelebt nein wieso ich habe keinen grund vierek zu drücken einer von den schalt wiederbelebt und dabei die kiste geöffnet wieder gefallen wieder arm wollen die mich verarschen? ja warum kriege ich dann nicht Scoutgewehr? das weiß ich nicht oh da kommt mal der AD ja wie kommt man jetzt wieder da hoch? ah ich habe einen Mod gekriegt ich habe einen Mod gekriegt was für einen? ein Fünfer Solar aber ich habe jetzt noch 50er gekriegt und 61er hier aber ich bin abgetriftet ah steht noch ja eben Mobilität und Belastbarkeit ja wie heftig der Mod ist die Agentensteigerung gewirbt dir periodische Heilungsschübe mit deiner Gesundheit verbraucht ist ohne Steigerung erzeugst du durch das Sonnensensphären der Macht in periodischen Abständen schwere Munition einfach rübergesprungen was bist denn du? und hier auf die Stange und siehst du die Stange hier nicht? hier hoch und dann auf die Stange hier ach hier hoch ach hier hoch dann auf die andere Seite Mats hier kommst du du musst einen hier hinspringen und dann hier hoch wow richtig geile Sprungchallenge oh mein Gott wow schießt denn da schon wieder das Schiff schießt ja äh macht dann Makel los? müte gefallen mit Schwerber mh ich bin hier auf die plattform ich bin schon durch ich brauche die ca. rüber ich brauche 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 nur dafür auch blut es hat da ein bisschen zu einfach hier hier immer dann hier außen wow, fachs rein nein komm schon, bye bro ich bin Titanen-Springer am besten ja ja egal ich glaube ja eins höher, rechts hoch, wenn du rechts hoch der Noob-freundlich ja, wo bist du denn hin? seh ich gar nicht hier geht wahrscheinlich nicht erst auf, wenn alle oben sind aber sind noch Gegner, oder? oh das, ja hier los, Schwöber-Party ach, jetzt ist die Tür offen kurz meine Hand rein ah, die Schleuse wieder wieder gefallen so, dritte Fasererklärung kenn ich nicht kenn ich nicht okay, dann kann ich was Russi machen irgendwas mit Nuklearbomben reinhauen die Nukes nein, Floi muss der Brand nochmal runterfallen so, jetzt ja, der hat voll früh schon den ganzen Raid geil hochgeladen, alter viel Mühe sich deshalb halt das ist voll viel praktisch, die machen einen Raid und dann laden die das Video das ist schon voll viel Arbeit alle das Video zusammenschneiden, drüber sprechen schon auch okay mhm es war für ihn die ganze Nacht durchmachen das war für ihn ein richtiger Raid alles drum und dran da die doch, oder? nein naja, ich glaube in der Sparrow Phase gehst du schon da rein warte, der hat da was an ja echt ja die haben wir schon ich bin im nächsten Raum jetzt schon was raum, nächster, was raum ich bleibe bei dir Arnyx Reborn das ist Arnyx Reborn der ist bestimmt hart okay, hier gibt es auch schon wieder solche Schläuche Schläuche aber haben wir wieder diese Transferstationen da ist ein Volleyball haben wir hier wir haben hier wieder so ein das Eingabe nein wo ist denn das Raidbanner? Tenix Tenix wir sind hier ach das Raidbanner kommt ja erst wenn Arny da vorne ist klar klar was jetzt kommen wieder Champions? das Schwert was sind das für Champions, Arny Barriere? oh das ist die war doch kurz muss kurz Artefakt 14 Alter, das ist zu krank was ist denn zu krank ich habe mit einem einen zu holen äh Loll Unterdrück? Ist das ein Buff oder ein Debuff? Hast du auf Meister gemacht? Habt ihr auch einen Mod bekommen? Nein. Okay. 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 So, okay. 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 2 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 15 15 Wie hier we spawnen dann an den Stellen. Hä? War ich das jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Oh, das war ich glaube ich. Ich hab immer so ihn gestartet, oder? Wir haben nur einen Versuch, Jungs. Und zwar den hier jetzt. Das ist immun! Gut. Ist das nur Survival, oder wie? Ich erinnere mich, dass ein paar Gegner killen so lange, bis die... ...so wissen wie es geht. Ist die Dinger respawn mit dem Buffs. Wie hittest du das? Ein Scanner-Typ? Achso, den. Also ein Scanner-Typ. Bei mir ist der Dings-Typ. Schäbe mal den Scanner auf. Ich hab Agenten-Stärkung. Ich hab' den. 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 Ah, hier ist der andere Buff. Vorne beim Boss. Der ist blau. Keine Ahnung, was der macht. Habe ich nicht aufgepasst. Der Drücker. Ach, hier stimmt. Ach, hier stimmt. Auf-Line, ja. Ja, da kommen noch irgendwelche Atombomben rein. Genau. Achso. Da musst du die entsorgen quasi. Ich bin jetzt unter Drücker, aber ich seh' nichts. Mehrere Nukleare werden aufgeladen. Okay. Ja, die auf meiner Seite, wo ich stehe. Da können wir die reinmachen. Da aussieht's. Ach, da oben wird einer aufgeladen. Hier das Ding leuchtet bei mir. Hier. Alle. Was passiert? Ja, bei mir Jungs, bei mir. Bei mir. Ja, ich hab' ne Nukleare abkommen. Ja, ihr müsst die Bomben bei mir hier rein tun, wo ich stehe. Wischen du? Ja, hier, hier, wo ich auch stehe. Weil ich hab' den Scanner, deswegen seh' ich das. Geht nicht. Warte. Äh, jetzt weiß ich alles. Wer kann die rausholen? Vielleicht kann der Unterdrücker sich in so'n Feld stellen und das blocken erst mal, dass es nicht explodiert. Kann ich mir vorstellen. Wir haben doch nen Guide, oder? Ja. Wir wissen doch, Matthias guckt's, ja. Matthias? Ah, der guckt's wahrscheinlich grad beim Kacken an. Schwung, perfekt. Das ist übelst schlau. Gibt's hier auch nen Raidbanger? Ja. Nukleares Abwurfsprotokoll. Nukleares Abwurfsprotokoll. Völlige Zerstörung Europas. Dervorstehen. Das ist eigentlich so Ball hier. Hey, aber wir sind ne Phase weiter jetzt. Ja, ja. Da ist so, ja. Ja, ja. Da ist so, ja. Da ist so, ja. Na, da ist so, ja. Da ist so, ja. Ja. wo wo zeigt mir das ja ja der ist leuchtet jetzt nicht für mich die anderen jetzt vielleicht ja das hat er vorhin geleuchtet dann habe ich da oben auf die hier leuchtet ich habe auch so ein Trollock geschossen hier bei mir wo Nio steht ist eins offline ja hat sie nimm mal den Kern wieder von mir ja das ist offline nuklear katastrophe mit neun hüter schmeißen einfach den und den geist noch unter zur ETZ ja du darfst jetzt weit vorlaufen glaube ich hier ist der banner wo ich stehe ja 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 und rechts um auch ja und dann die hatten vorhin wo ich das hatte alle drei geleuchtet ja welches muss ich dann nehmen das erste einfach nur noch was leuchtet aufpassen das was blau leuchtet ok die hatten nur dings geleuchtet wo durch öffnen sich die container zwei kerne immer ja ok ja 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 klar ja 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 weil jeder kann alles die sind nicht heftig na das ist ein easy überbrügel ja da ist oben über diesen bomben ding und ist so ein feld da konnte ich drauf schießen als operator ja kommst du einfach raus und wann können wir schon machen da ist eins gar nicht da ist eins nach hier da ist eins da ist eins da ist eins ja wir sind da draußen warte was das was heißt was das heißt ja ist auch so was aber falsch geschossen was du gesagt hast sonst hätte ich die frage nicht gestellt aber jetzt wissen was in was hier außen was ich in das war wo ich in einer mit der richtung mitte wo jetzt stehen das ist richtung mitte das ist ja hier ist eins und wo ist außen wie lange muss man da drauf schießen ist das immer nur kurz oder nur kurz also zwei leute die bisschen der mensch waren können machen dann hier geht es nur um mechanik so dann ich mache den scanner ich würde das mit dem unterdrücken machen ok dann mache ich operator und wo wir jetzt stehen ist erstmal komplett scheißegal an sich ja jeder kommt einfach was er wo sieht dann läuft das team dorthin was die machen müssen einfach drauf warten von wo die video überhaupt kommt learning by doing ja ich nehme es zuerst links ist der scanner in der mitte in der mitte in der mitte ist schon noch drücker rechts bis wo ist der scanner in der mitte 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 ich bin tot noch nix ich gehe auch mal hoch bis ok ich habe den scanner das hier leuchtet jetzt blau kann ich jetzt drauf schießen schon ok jungs das sind die rechten boxen die rechten beiden boxen ja ja beide rechts oha ich wurde von zwei links weggefunden hast du doch genommen ich habe das gerade gesehen hätte schon da stand ok jetzt zappelt er muss ich das schneller oder langsamer machen jetzt habe ich deaktivierte stärkungen bei mir stehen ok ich packe den rein mach schon rein links keine ahnung wo muss ich den reinpacken wo ist denn so ein teil hier aus rein ja ich sehe es links mitte links und rechts mitte kommt ein kern ich habe einen kern ok ist weg ok ich bin alle blau jetzt ist er gerade nicht blau jetzt ist er wieder blau schneller kann ich es nicht machen ich weiß nicht woran ich gestorben bin ja du hast du eine kugel getragen ja ja du hast eine kugel nur ca 10 sekunden getragen ja gut also beim nächsten mal mache ich das schneller ich habe jetzt noch nicht gerafft wo so ein tight ist alles gut habe es nicht gesehen aber die kugeln waren alle blau einfach mhm stopp mhm 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 Kamer kommt ein Kern Links außen Kommt auch ein Kern Nein, ich mach sie ja weg Zappelt Okay, ich hab mal nichts verloren, glaube ich Ich hab noch Luis Okay, nice Deactivated Augment steht bei mir Ja Okay Wo ist denn das? Ah, hier ist es Hier, hier Pack es rein Hier in der Mitte sind ja auch Terminals Da pack ich es da Ich hab's reingerackt Rechts außen kommt ein Kern Links außen auch Vorne, links Ich hab hier einen Links und rechts außen Das ist dann zu schwer Ach so Vorne, links und rechts Okay Das ist schon Nice Ja, zappelt Ding ist nicht drin Ich machs schnell LOL Irgendwas Ach, du hast mir weggenommen, Matze Okay So ist alles noch beim alten Schaffin Okay rot Bis jetzt Ich hab's mit dem an Ich hab's hier rud Ich hab mit zwei Mal meio Aber bitte jetzt warten also bei mir bei mir sind es die beiden vorderen die beiden vorderen jungs ok beiden vorderen genau was links vorne und rechts vorne ich bin ja was ja falsch war es ja nicht drinnen ja schon mal schüttel von mir rein Ah. Ja, ich hab's gemacht für dich, Mann. Ja, ich hab's gemacht für dich, Mann. Vorne oder hinten? Genau, wollte ich grad sagen. Er muss es auf die Reihe kriegen. Luis, ich packe das Ding hier rein, gell? Okay, wo? Ah, da. Muss ich da jetzt ne Kugel aufnehmen, oder nicht? Reihenfolge ist egal, Chris, gell? Nee, also das war's, weil ich da glaub. Rechts, innen, ein Kern. Löschen alle blau. Und links, außen ein Kern. Wieder die beiden vorderen, wieder die beiden vorderen, ja? Rechts, innen, links, außen Kern, jetzt sieht man's auch. Die beiden vorderen wieder. Ich hab hier links eins geschnappt. Die beiden vorderen, ja? Oh mein Gott. Ja, du denn, damit ich zu press. Bist nicht richtig. Du bist auch... Ach, kriegst du auch falsch reingehauen. Ich weiß nicht, ich... Okay. Ich muss wieder reinhauen, Chris. Mach's wieder hier rein. Ja, dieses hier, dieses hier, ja. Komm rein. Ich hab's. Ja. Also? Irgendwas passiert. Alles schon. Noch verloren? Vielleicht müssen wir jetzt einfach... Damage machen oder was? Nee, noch nicht. Ja, kommt zu mir, ich hab hier eine Welle... äh, Welle da gesprungen. Klingt auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht. Also, ich kenn's aus den Filmen, wenn man abstürzt, ist das nicht gut. Ach, das ist immer gut. Das ist nur im Film so. Hier. Ja. Leute, passt auf! Puh! Stimmt, ohne Titan hätten wir's gar nicht geschafft. Deswegen... Es geht weiter. Rechts innen kommt eine Kugel. Hab ich. Und links außen. Ich hab's recht. So. Und es sind wieder die beiden vorderen. Die beiden vorderen Meter. Der ist aus dem Boss. Ich komme. Und die gezappelt. So, Bernhard. Das ist drin. Ja. Ja. Links vorne noch. Nice. Sehr gut. Ich hab keinen Scanner mehr. Ich geb den ab. Matze, Hörsel. Abgegeben. Das war eigentlich immer nicht gut. Aber in Wirklichkeit. Geht's unendlich weiter. Nächste Runde rechts außen. Rechts außen. Rechts außen kommt ein Kern. Links außen kommt wieder ein Kern. Warten rüber, oder? Unterwegs. Hier. Ich nehm's. Wohin? Abelt. Ich mach rechts vorne. Grün. Jetzt. Fünfmal. Ich glaub schon. Auf geht's. Hoffentlich ist der Loot nicht oben. Damage oder was? Nee. Keine Ahnung. Nee. Noch nicht. Einfach nur ausweichend überleben. Hast du Mut? Einfach durchrennen. Ja stimmt. Wir müssen jetzt hier durchrennen. Das hab ich immer gesehen. Ach du Scheiße. Äh. Das auf den harten Mut. Hätte er uns schon längst gewonnen hittet. Toi. Toi Erik. Toi Erik. Äh. Was? Wir hätten schneller durchlaufen müssen, oder? Was? Hast du die Scheiße nicht komplett angeguckt, Matthias? Ja. Kräne gesichert haben wir zwölf Stück. nur das rennen also wenn es jetzt nur daran lag dass man nicht schnell genug waren beim rennen ist alles gut einfach sofort runter und durch ich triggere dann den boss ich habe den boss angefasst rechts kommt scanner ich komme ab den agenten rechts rechts außen und innen was du kannst noch mal sein nach hier links sind da oh ich habe schon genommen ja zappelt ich habe verloren wo bist du das stimmt ist ja egal rechts außen auch nimmst du eric ja ich nehme hier ja du musst das was machen wo wir nicht genommen haben da musst du drauf schießen welche muss ich reinpacken agenten agenten auf welches hast du geschossen es kommt drei kerne und das was wir nicht nehmen da musst du drauf schießen nicht aufschießen deaktivieren ja weil ich das bestimmt haben das ist immer außen nee von dem vier gehen immer drei an ja ja sozusagen mit dem einen der nicht genommen wird nachdem die aktiviere ich schießt einfach nur drauf auf das ding denn noch was auf dieses ja touchpanel und ich einfach scheißgal welches und das muss der agent immer machen drauf schießen ja wo gibt es noch mal die kugeln hier oben oder waren die ich habe einmal das nur gemacht we can go ok go 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 ja hin doch doch das ist Kann ich auch nicht sehen. Rechts, außen und innen. Rechts, außen hab ich. Ich sag das mal nicht gleichzeitig, sondern erst Bomben, dann Plätze. Was ist denn das, Plätze? Hinten, ich mach hinten rein. Ja, und gestunt. Wo ist, ich pack's dir rein? Ja. Wunderbar. Ich geh links, innen. Links, außen und innen. Kannst du aussuchen. Hä? Ah, doch, doch. Ja, nimmst du, nimmst du, nimmst du, passt schon. Was ist denn hier mit rechts? Ich nehm's mal auf. Hinten, links, weiter. Ah, äh, kurz reinhören. Noll. Ja, mach so dann. Ja, mach so dann. Rechts, außen und links, innen. Ja. Nehm's doch irgendein Malz. Was ist denn? Hm. Wir fliegen schon auf Europa zu. Und? Ja. Ja. Nehm's doch irgendein Malz. Ich pack rein, Luz. Okay, Matthias. Also Luz, du hast doch mal rechts genommen, oder wie war das? Nehm ich jetzt rechts die Gruppe. Ja. Ah, das unterdrücken mit Toten, irgendwie sinnlos. Das ist so... Total, Jürgenseher. Rechts, innen und links, innen. Rechts. Rechts. Ah, nehm. Tappel. Jetzt. Könnt ihr reinhauen. Rechts hinten muss ich reinpacken. Beide rechts. Okay. 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 Ach, du musst meinen Buff nehmen, Matthias. Ah, geht's noch eine Runde, lass? Ich hab ihn drin. Keine Ahnung. Oh! Irgendwann hat er mich gekillt Ja, der Ja, rechts innen ist auch eins, das kann ich nehmen Mhm, ready Wer nimmt die andere Kugel? Ich nehme das, okay Ich muss reinpacken So, noch links hinten, rechts hinten habe ich schon Ich muss den Buff noch nehmen, passen wir mal drauf Wie sieht es mit dem Buff aus? Hat jemand nicht mehr? Ist schon ein Gewächsweg Schon ein Gewächsweg, ja Wie geht es mit dem Buff aus? Rechts sind beide Seiten Ich nehme rechts innen Hä? Ich bin mal rechts hinten Wo? Du warst nochmal? Rechts? Okay, ich gehe links Okay Rechts drin Links auch Das war's jetzt, oder? Ja Ja Oh, go Ich glaube, es reicht, wenn es einer schafft, oder? Was ist noch nicht mehr da, ist es richtig Ja Ja Ich habe es geschafft Ja Und jetzt muss ich noch was machen Ich glaube Ich glaube, durch die Wand, mit der Kopf durch die Wand, Jungs Und dadurch stirbt er jetzt, oder? Macht er noch was? Wie du wichst oder sowas, stinke Finger Ja Das war Reck-Mor-Wilber, passt auf Das Licht schwindet Epic-Boss-Fight Jetzt Schild Seht's Was ist der Loot? Na Ah, Loot Ja, sowas überlebt man natürlich mal easy So ein Absturz aus dem All Energiewaffe Schon wieder Gesetzloser, unnachgiebig Was soll ich mit'n Was soll ich mit'n abzahlen? Ich habe nicht eine Raid-Waffe, Mann Ich schon Ich habe die Handfeuer-Waffe bekommen Ja Ah, wieder primär Schwitzen-Loot 15 Mal 15 Mal 54, Alter Nice Mein Controller ist leer Ich habe schon dreimal ins selben Slot Loot bekommen In den einen Raid Genau Aber diese Phase Da war der Boss nicht Wäre wegen Mechanik und die ganzen Ads Wenn wir unterlevelten Wäre das Ja, das stimmt Wäre das die Hölle gewesen Wäre das echt die Hölle gewesen Da war so viel los Ah, das ist End-Boss-Fight, oder? Ja Wie funktioniert das? Gut, gehen wir noch mal eine Runde kacken So, ich geh mal kacken Sekunde Okay, mal rein mal Okay, ich guck mich mal oben Also wir haben wieder hier die Gesetzloser passt doch der Das ist doch wieder so eine Einschuss-Dings Wir hatten auf jeden Fall Sniper benutzt Gehabt Bei dem Bei der Phase alle Verbesserte Geschosse Äh Machen wir Sniper ein Was sind meine Sniper? Das weiß ich noch Sniper? Das ist doch Keine Sniper Alter, die krasse Reichweite Das Ding Ah, ich hab die Slug-Ding-Money Ah, ich hab die Slug-Ding-Money Ist ja nur Schatten Ich geh mal pissen Pissen so leid Was ist dein Weg? Ich hab die Schlagge Was sind meine Sniper? Ich hab die Schlagge Ich hab die Schlagge Ich hab die Schlagge Ich habe die Schlagge Ich hab die Schlagge Ich hab die Schlagge Ich hab die Schlagge Alter. Presse mal. das ist ich würde sagen vor matthias ist es uns erklärt hat finden wir es schon selbst also hier gibt es auch wieder diese unterdrückungsbälle sehe ich oder andere art von bällen oder sonst dieselben hier gibt es auch wieder bälle 1 2 3 aber viel viel mehr bälle 1 2 3 1 2 3 aha immer 3 auf jeder seite also insgesamt das ist zwölf oder so es geht los es geht los ich mache jetzt auch ein solo halbvideos wow muni runde break down langer schatten Das würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie machen die höheren Damage jetzt. Ich habe das Gefühl, ja. Ja. Das brauchen wir ja gar nicht mehr leveln. Oh, es gibt noch einen Heroischen. So Jungs, ich bin da. Jetzt gibt es etwas Neues. Das war schon mal falsch, was wir gemacht haben. Tankschaden. Das war schon mal sicher. Das war schon mal sicher. Das war schon mal für mich. Das war schon mal, für mich. Das war mir die Worte. Das war schon mal. Sie sind die Vorteilöser. Ich hab meine Vorteilöser. wieder da endlich losgehen gibt es auch wieder container da gibt es auch zwei stück auf jeder seite zwei stück und treibwelle gesehen dass die aus dem aus dem poster die die atombomben ausschießen wie triggert man den boss schon nicht so weit vor wenn die wo die mitte spring ist über den boss springst und damit liegt der boss der trümmerhaufen ist unter diesem trümmerhaufen ja dass man einfach verbrennen hat den abschluss natürlich überlebt wieder einmal diese boxen wo man diese nuklea dinge reintun container auf englisch jeder container fliegenden dinge gibt es gibt es auch wieder einen unterdrücker oder sowas unterdrücker gibt es wieder jetzt gibt es alles wieder viele aber dann kann sein dass 200 gebrauchung oder so ich glaube ich habe der agent rascher bekommt ein mitspieler von uns so ein schild und nur der agent kann das weg schießen den befreien wieder das ist der job das hat meistens der gemacht den streams der im und die xenophage hatte hier ist oder offline gibt es noch hier red wird er mit randy ist wieder ein albtraum glaube ich ja aber ich denke mal nur als am anfang in vier wochen ist es wahrscheinlich schon routine es gibt wieder leute die gar nichts machen wollen die weiten einfach nur in loot suche rade loot schöne schrecken oder das war was zu löst ich habe die spezial ist jetzt ab gemeistert ja auf jeden fall sogar anti-mathias hatte schwierig keinen vorne und hinten obwohl er selber gesagt hat da ja wenn fettet mg xeno ja somit xeno spielen oder wie ich denke mal ja es ist eine frage hast du uns hier nur frage und sniper ich habe eigentlich alle immer das tanzwaffen gespielt ich bin auch so eine scout rifle und ein sniper brauche ich für das wo man in der hand hin eric und ich da kann ich aber les spielen als sniper ja kannst du richtig slideshots aber les meinst du das scout gewehr oder was ist besser jetzt vom raid es kostet ein boss geht ein schild macht es nicht mehr sinn dass jeder sich den guide von karkis anguckt nein ja und wenn die matthias er hat studiert matthias hat studiert er kann es am besten er hat nur bachelor gemacht er hat aber eine festanstellung du nie ich bin zu hause festangestellt habe heute 50 euro verdient was dann noch mal eingeblasen nix machen sogar geld ich habe dort online hier hinten vorne matthias insgesamt oder in einer phase wo sind die behälter fangen wir damit an jeder seite 2 und wo sind die anderen zwei ja spawn und das ist ein A-behalter das ist ein A-behalter das ist ein bluer und orange ist ein anderer okay jeder weiß bescheid go go ich weiß ganz genau was ich machen muss also vier kerne reinhauen kein problem mache ich schnell und die kerne haben aus dem boss raus ist es ist es ist es wieder mit zweier teams der wird ja nicht tötet zu wenig schadig einmal ah scanner matthias bei mir ist der scanner ich habe den scanner ah was sind die lila dinge das sind die atombomben von ihm da musste drinnen stehen das ist ein buff muss bubble machen wenn du da bist okay jungs ich mach schnell den boss ja aber er muss aber wie auf den boss schießen die leuchten hält auch wieder blau das ist schön noch mal gucken wo die container sind ok ja ja 4 ich spiele sniper ich spiele erstmal sniper aus das können wir mal sehen es gibt vier container oder sehe ich richtig die jetzt vorher wissen müssen bei orange ist die bei orange nicht ich denke mal die haben göttlichkeit gespielt wo es noch so heftig war ja ich glaube die brauchen wir jetzt nicht ja antimatiers die ist es dann wenn es oben zum beispiel in orange ist es ist beides immer auch schon links rechnung wieder kommen ja 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 also links rechts rechts und wann können wir die bomben rausschießen ja hier oben kann man alles sehen glaube ich oder fast oder ja ja da war alles immun als ich habe geschossen habe der schießt noch die schießt noch die beine schießen nach oben raus er rücken dann leuchtet das oben da musst du drauf schießen ich habe es nicht ganz verstanden wir machen unsere machen unseren dieses ding alles die kerne rein wie ist das und was ist dann am ende der einer frau ja dann schießen wir auf den boss ja ich habe das ja mit welchen waffen sollte man schießen am besten ich jetzt noch göttlichkeit noch holen am besten also hast du sie also wie ich gesehen habe er hatte hat er nur quit point ist jeder schusses quit wenn die göttlichkeit drauf ist ja ja das kann sein dass er göttlichkeit habe ich nicht gesehen wir können den hunter dings pfeil drauf machen was ist denn du los? such ne traktor kann was ist denn das hier für ein riesengebiet noch da kommen wir gleich hin supressor muss nur am boss wieder abballern irgendwie ich habe Ich. Hab. Bock. Ein Team bilden also. Naja, das war eben schon so. Die 10 ist Schluss, oder? Ja. 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 Ja, ich überlege jetzt, ob ich das zu sehen habe, äh, die Phase dann kommt dann nicht mit dem, äh, die elektrischen Dicken, sondern er spielt, er spielt relativ häufig rund. Also Shadowrun. Ich check's nicht. Ich hab's gescheckt, ich warte darauf, dass es losgeht. Go, go, go. Wird schon klappen. Weiß nicht, was muss ich machen? Ich hab dich schon gefragt. Suppress einfach, Boss. Wird er blau kaputt machen. Magst du nicht machen dann wieder Scanner-Team? Nein. Versteh ich nicht. Mensch, er verarscht dich gut. Mensch. Ey, die spring mal drüber. Wie dall... Apropos nicht. Wie das ist nicht blau. Ahja. Mal, ob ich weiß. Das ist alles weiß hier oben. Ey, so. Die sofort heiße, die decken. Geh mir hin eigentlich was. Erstmal im Typen suchen, ne? Mhm. Das war immer Ich muss jetzt halt zu orange gehen Ich meine, ja Entschuldigung Ah, der Scanner ist da bei... Blau Was? Der Boss bewegt sich jetzt schon Ah, ich sehe einen Operator Ist bei Spawn Rennt weg Ah, bei uns ist Bing Suppressor Das ist bei mir Hä, bei mir war keins Der jagt mich richtig damit Jetzt noch? Ja Was ist falsch? Was ist falsch? Immer zu slow? Ja, Mats, wir stehen immer bei Blu Ja Ich finde es Sinn macht Zwei Glades hier immer in eine Ecke zu stellen Ja Nur ein Glade absteht Er weiß ja nicht wo er respawned Na ja, aber ich spüre schon Na ja, aber ich spüre schon Ja, war bei uns hör raus Wofür sind diese Transporter da für die Stärkungen? Ah, hier ist man Nein Er spawnt welche? Links oder? Nein Alter, egal wo ich hinlaufen Das ist schon was machen wir doch noch nicht Ah, das ist ja über Zeichen früher So Also der blaue kommt zum Schluss Der konnte ja evils spät erst Gesehen habe Ja Oh 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 Ah ok, das ist wieder Und die Störung müssen ihn dann dabei stören oder was? Und das entsichert die Container, dass wir reinwerfen können wahrscheinlich Was ist da nicht? Nein 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 Sorry Nein 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 das war jetzt überhaupt der fehler wir haben nichts auf ihn denn was geschossen was hat das ist Oh, okay, 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 okay Ich laufe orange, ich laufe orange. Ja. Los, lass mich mal schauen, wie ich drauf schießen muss. Los, schnell, es ist offline, es ist offline, schnell, schnell. Ich hab mich da gefallen. Ne, ich war bei 7 schon da. Ach, ich war schon bei 7 da, ich hab's jetzt auch geschafft. Und das Ding war offline, weil... ... noch eine... Nur zwei kaputt schießen, oder was? Ah, okay. Ah, Mann! Die Vorderen hat. Man kann immer auf jede schießen. Oder... Ja, es geht ja nicht darum, es geht ja darum nicht, dass Mon... ... nicht das zufällige Weise ist, auf welchen Mon schießen kann. Ja, ja. Ich hab's doch schon gesehen. Du brauchst nur einen Schuss, auch mit Scout. Heißt schon alles. Ey, Matze, siehst du irgendwo den Scanner? Wie, ich muss mir mitlaufen. Jetzt, jetzt, weiter. Ja, muss ich mitlaufen. Für die anderen, die nichts zu tun haben. Ja. 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 Entschuldigung. Nein! Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Vielleicht jetzt noch nicht. Wie viel Schaden brauchen die Dinger? Lohnt sich das nicht, irgendwie draufzuschießen? Gibt's bestimmte Ballons, oder sind das alle, die da draußen rumhängen? Leuchten die nicht? Ja, oder? Ja, aber jetzt noch nichts. Ich hab nichts gesehen. Sieh halt viele Ballons, aber davon hat keiner geleuchtet. Muss ich da rumrennen, wie ein Bekloppt doch. Gute Frage. Denn ich hab jetzt noch einer leuchtet, oder? Keine Ahnung. Ja, erst wenn das, äh, Dings-Team, äh, Oppressor-Team, dass sich unter den Bällen stellt und damage auf den Boss macht. Also, in Stunt können wir, sind die Dinger erst online, dann können wir erst die nuclear-Dinger rein tun. Ja gut, das ist ja logisch, so was vorher auch. Ja, ja, ja. Aber ich müsste sich einfach, äh, das Presser-Team muss sich einfach Heck und Land stellen und ausschießen. Ja, aber ich muss hier... Ich muss hier auch gewichtige Stellen. Hm? Ich muss da wissen, wohin. Ja, der Boss hat ja Aufenthaltszonen, wenn er hier hinten ist, beim Swarm, gibt's diese drei Googleen hier. Das sind dann die drei, auf denen ihr das machen müsst. Wenn der Boss hinten bei Orange steht, sieht man auch die. Okay. Ja. Gennst du, dass es von der Position ist, oder was? Ja, ja. 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 Gut, dann probieren wir das mal. Ja, gemeint von dem Aufenthaltsort vom Boss? Muss es da, wo eine Kugel sein muss? Ja, drei Stück jeweils immer. Stehen da. In dem Aufenthaltsort. Dann müsst ihr die drei Googleen benutzen. Nacheinander. Also geh ich dann erstmal da hin. Ja, da kommt die erste mal rechts, da hinten beim Swarm. Alter, wieso bin ich fast down? Alter, what the heck? Der Scanner ist hier bei Spawn. Okay. Wie, da drinnen die? Ja. Ja. Matze nimmst du? Na ja, ich nehme schon. Ich hab deine Beleiter. Jetzt auch ein Boss schießen. Äh, jetzt ist der Boss bei Orange Jungs. Ich muss bei Orange Chris. Muss hier in Orange gehen. Da ist doch nichts. Ach, hier oben ist einer. Ja, aber leuchtet keiner. Ja, ich laufe mit dem ist. Was war beim Spawn, Matthias? Machst du? Von links. Nimm die andere Kugel. Nimm die andere Kugel. Nimm die andere Kugel. Ja, ich hab die. Wohin? Jetzt leuchten sie. Jetzt leuchten sie. Nächste Kugel, nächste Kugel, nächste Kugel. Wohin? Ich bin stark, Erik. Blau. 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 Richtig. Ja, ja. Nimm nochmal. Äh, ihr ist offline. Auf geht's? Ja. Auf geht's? Auf geht's? Ich hab auf Luis geschaut gehabt. Ah, ist nicht, ist nicht drin. Ist offline. Ich hab's drin, ich hab's drin, ich hab's drin. Ne, ist nicht drin. Achso. Ja, dann geht's blau links rüber, also es geht nicht mehr hier. Nicht mehr hier. Ach, der Spawn. Achso. Ja. Jetzt haben wir's drin. Ich hab's reing gemacht, ja. Ja, ich guck jetzt im Moment. Ja. Orange rechts wird das sein. Wird er jetzt damage gekriegt oder nicht? Ja, noch zwei. Ja, nochmal. Orange rechts und Spawn rechts, bis jetzt. Ne, ich nehm dich, nehm dich, nehm dich. Okay. Wie die andere? Wie geht das? Spawn rechts und orange rechts, ja. Ich hab acht. Ich hab nur acht. Jutz, wer läuft mit mir mit? Ja, ich bin da. Ich nehm dich. Rechts, Luis. Orange rechts. Orange rechts. Rechts, rechts, ja. Spawn rechts, spawn rechts. Ich bin Eric. Eric bei mir, orange. Nee, das ist rechts. Nee, das ist rechts. Ich dachte, wir gucken von der Richtung. Wir gucken ja, wir haben doch gesagt, wir gucken von Spawn Richtung orange. Von der Mitte aus hat er aber mal ausgemacht. Geil. Aber war richtig. Haben wir es geschafft? Ja. Ja, Luis hat die eingemacht. Und jetzt? Jetzt. Ah, es hat mich rausgeschubst und dann bin ich dagegen geflogen, okay. Oh ja. Das ist Livestock für den den du. figuren. Ja, der ist toll. Scheiße. Ich hab schon mal. Ich hab mir ja nicht. Dann. Ich hab mir noch mal. Das hat mir fast dauerhaft toll. Ja, geht auch. Ja, genau. Der da muss ich abwunden. hat mich irgendwie rausgeschubst da bin ich voll in die trümmer reingeflogen wieder so weit mal kurz wir haben es extra fliegen gemacht dass man nirgends wunderschönen magse guck mal wie sind das scannerteam wenn wir einmal wissen wo das ist wenn wir selber eine kugel nehmen hinbringen ja wir machen eine wir machen unsere beiden partner beim tragen der kugel ist dann hast du drauf geschossen sofort als die kugeln dann geleuchtet warst du dann ich war direkt beim boss aber unter dem luftballon hat einfach ist wie bei den anderen das ist wieder der kreis ja die leuchten wieder blau alle drei zur selben zeit glaube ich sogar leuchten wieder übertrieben blau also das ist ganz locker und der kreis drunter auch nicht du willst nicht gut hätte es sagen müssen ja 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 Das ist ein Schatz, das ist ein Schatz. Oh, Sack! Too late. Habt ihr mit Schwere drauf geschossen? Aber die Phase gibt ihm noch keinen richtigen Schaden, oder? Nein. Gerne. Ja. Christian, wann hast du geschossen? Das war jetzt quasi, wenn zwei Kugeln dann weg waren. Weil zwei Kugeln getroppt sind, leuchtet es dann. Ja, okay. Gut. Ist er jetzt bereit? Achtung! Was ist denn? Okay, no links. Wenn ihr den Käpt'n tötet, spawnt erst Jetzt geht's los Alter Jungs, da ist zweites noch nicht da unten, oder? Ich nehme das jetzt Wohin, bist du gelaufen schon? Du bist so um Blau gelaufen Ich bin bei dir, ich sag an Ja, ich lef links hier dann So, jetzt löchten die Krugeln Schafft es, ich schaffte es, Luis Schaff's Nehm, 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 Luis, nehm, nehm Hab's Offline Ich bin gerade dabei Ereign, Orange Jetzt, jetzt Schaffst du's, Luis? Hast du's? Oh, ich hab gar nicht drauf geachtet, ja, ich hab's geschafft Null Wie steht der Radiation mal 6? So, was heißt das? Geht wieder runter Weil der vielleicht Nuklearkern in der Hand hatte, Sumo So, ja, stimmt's, stimmt's Hat die letzte Runde keinen gehalten, deswegen Weiß ich gar nicht Hege Oh, ich hab kein Auge Es geht los Ich nehm schon mal eins orange was war orange orange links immer durchs nehmt und leuchten hier teile leuchten nicht durch sagt mir so wie ich machen wenn die nicht leuchten luys der links hat sich gekült der kapitel die teile leuchten nicht davor bin die leuchten gelb mit einem strahl nach unten die aktivierte stärkung da habe ich nicht dran gedacht sorry stimmt ja gut das könnte es gelegen haben ja vielleicht erinnere ich ihn mal dran ob es vielleicht ist ja das war ok die phase gestern wäre brutal gewesen ja die Leute haben das echt geschafft heftig vom Level her wäre eh alles gleich gewesen aber die sind halt ja der hätte uns wahrscheinlich hundertmal getötet hätten wir gestern ein bisschen geschafft die 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 dann sie die 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 ja Sag nochmal, Matthias. Hab ich hier mitbelebt. Blau links. Ich geh in blau links. Ich geh blau links. Maxi nimmst du mir ab? Oder Luis wärs bei mir. Er ist blau. 4, 5... Ist offen. Ich hab's abgenommen. Ja, ich mach rein, ich mach rein. Ist drin. Ja, ich mach den rein. Ja, aber jetzt kommt erst mal keine Damage raus, oder? Noch mal 2 Terne. So, noch mal 2 Terne. Äh, es wird... Terne? Beides orange, ja. Beides orange. Beides orange. Ja. Ich hab den Zweiten. Wer kommt mit mir? Wer kommt mit mir? Luis, Luis. Hier, nicht hinter dir. Ich bin schon bei 7. 7 nimm ab, nimm, nimm. Ja, beide orange, ja. Ich beeil mich. Ich bin rechts drin. Ich geh links. Nein, nein, ich hab sie gerade abgenommen. Ich bin Pro, alter. Oh mein Gott. Kann man schon rein gehen? Ja. Alter, ich wurde in zwei Ketten reingeworfen. Ich musste erst mal machen. Ich type noch spazieren. Alles drin. Cool. weg 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 gegner kleeren mein operator wo ist der agent ist wieder ein ding im starke so ich muss deaktivierte störung habe ich drin orange links spawn links orange links spawn links bist du mitgelaufen schreckt euch orange links spawn links oh mein gott ja weiter gefallen nein spawn links und links wieder gefallen nukleare katastrophe dass wir auch musik das blaue weg machen ich habe zwei magazine exe nur drauf gewollt Cyber bringt echt nichts, obwohl auf die Container, äh auf die Dinger zu schießen ist nicht schlecht. Ja schon, aber sekundär, du spielst ja mit Boga und Otto, das Schwert, das Schwert brauch ich irgendwie selten. So, ich hab jetzt gerade Moni schon aufgehoben, mach dann nix ohne Wechsel. Jungs, ähm, damit nicht irgendwie, obwohl das mit dem Kern hat eigentlich immer geklappt, nicht mehr als zwei gefallen hat eigentlich geklappt. Boah, da wird nicht wirklich sehr drauf zu schießen, wenn das Ding dauernd kommt. Ja, wo ist dein? Ja, voll in hier. So, fling schon von Bion? Ich glaube, ihr seid. Bion! Okay. ich laufe links dann, oder ich bin gefangen Matthias zack an ja das ist schön hast du? nehmt mir jemand ab hab's ja ist offen drin Chris, wie sieht's aus? ja stop ja ja pass ja 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 Ich bin mit dir Max, ich hab´s, ich hab´s, ich hab´s, ich hab´s, ich hab´s, ich hab´s, Oh, die zwei gucke ich falsch. Im Hatzhaakler, wie soll mit ihm mitkommen? Boah... Ab jetzt schon, hast du. Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen, kann mich nicht mehr. Da muss irgendwo einer sein. Hörst du, hast du Angst, ich hätte so was. Ja. Woher lags jetzt? Zwei Kugeln sind auf die selbe Seite gerannt. Wer zuerst eine Kugel aufhebt, der sagt direkt wo er hingeht, der weiß der andere wo er hin muss. Wir schaffen es doch jetzt vom nächsten Try. Zehn Minuten noch. Also mir ist egal, komm auf da. Ich hab gleich Zeit. Morgen früh mein Ziel. Wäre schon stark, dass wir es heute noch schauen müssen. Mann! Ja, passt schon. Geil, babe. Ja, wir sind aufgerundet, zwölf Uhr, passt. Ja, ich will die machen weiter, machen wir fertig. Jetzt kann man eigentlich auch zu fünft machen, das ist nicht so schwer. Wir landen, wir landen im Video. Ja, ich bin einmal in den Kreis gelaufen. Ich bin gesucht. Ja, da oben ist er. Okay, und der kommt immer bei uns irgendwie, komischerweise. Hier oben ist er. Okay, das ist easy. Machst du dann, lauf, lauf auch mit mir, wenn ich die Kugel aufhebe, ja. Jetzt. Lauf du links, ich glaube rechts, ja. Ich bin gefangen, ich bin gefangen. Ja, ich bin jetzt aufgeräum. Ich bin aufgeräum. Ja, ich bin aufgeräum. Ja, nehm ab, nehm ab, nehm ab, nehm ab. Ja, ich bin aufgeräum. Ja, alles... Okay. mit wem renne ich jetzt mit jetzt ich nehme das andere so blau links ich muss blau links gehen ich bin gefangen christ kommst du mit dem abnehmen abnehmen frei befreit werden ich muss und befreit werden die stärkung schon es befreit wir müssen immer noch befreit ja ich muss abgeben abnehmen abnehmen ab wenn es geht ja sehr spät gekämpft ich habe es rein gemacht habe es reingemacht so dass wir es noch schon belebt werden ja ich komme ja der positioniert sich schon jetzt kommt der damage alter ist ab immun wir sind ja immun bei mir tut mich noch einer ja ich so da ist er wo bist du ich kann doch wieder halten auch fein hier jetzt euch hier sind wir ! wir sind hier im Ich bin sicher, dass du es nicht tauschen musst. Ich bin schon in der Luft gekehrt. Wo war er hin? Du hast ja nicht mehr das Scanner-Ding über den Kopf. Ich deaktiviert da irgendwas? Komisch. Wahrscheinlich schon irgendeinen Bug. Das war nicht richtig. Jetzt auf einmal. Das hat gepasst. Wir haben doch kein We-Work mehr, oder? Das war das falsche. Ich habe links gedacht. Das war wahrscheinlich irgendein Bug oder irgendeine Mechanik. Oder man muss tauschen, oder? Nee. Nee, gell? Muss nicht tauschen. Haben wir doch vorhin auch gemacht. Warum hast du kein Damage? Weil ich tot war und keiner mich belebt hat. Schade. Warum hast du kein Damage? Ja, ich wechsle jetzt Waffe. Wieso? Ich auf Donnerlord wechsle. Auf Donnerlord. Zum Beispiel. Oder auf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach nee, Moment. Weil ein Spalter oder so. So, wo ist mein Donnerlord hier? Doch. Göttlichkeit. Göttlichkeit. Hab ich so. Noch nie gehört. Ich hab Black Screen. Tschüssi, die. Okay. You got kicked. Ja. Ich hab Dings Angebot von Datto bekommen. Von Netto vielleicht. Netto? Ja, als Besitzer war Netto vielleicht. Nein. Nein, Muni. Warum geht's nicht mehr weg? Wir können das auch immer abschießen, wenn wir starten wollen. Wir müssen da nicht drüber latschen. Ich weiß nicht. Ich hab's jetzt zwei, drei Mal abgeschossen. Nichts passiert. Seitdem latsche ich drüber. Aber ich muss ja eh rüber. Ja, der Waffe noch zu schwach. Deswegen muss Gustav schießen. Das merkt er nicht. Nein. Kommt der da auch raus. Ja, ich hab jetzt nen Shotgun dabei für den. Ja, macht auch Top Damage. Ja. Ich hab's ja auch Schluftrinde gewechselt. Ja, der Waffe. Nichts. Ich hab's. Ja, der Waffe. Ja, der Waffe. Ja, der Waffe. Ja, der Waffe. Wieso gehen die Dinger nicht runter? Ich laufe blau, blau links, okay. Ich bin gefangen, ich bin gefangen. Chris kann es nehmen, Chris nehmen wir mal. Ich bin gefangen, ich bin gefangen. Er ist drin, oder? Ja. So, es hat gut geklappt. Schnell clean. Wer muss Buff tauschen? Ich habe schon, habe ich Buff tauscht. Achso, ich habe schon getauscht. Blau links, orange links, okay. Okay, Achtung, es geht in den Moment los. Er geht schon hier in die Richtung. Äh, wir müssen ja auch noch die hinteren machen. Mann, ja. Der ist rechter, bis unten. Hm, wo geht's? Dann laufe ich blau, ich laufe blau. Wer kommt mit mir? Äh, einen abnehmen, abnehmen, bei mir abnehmen. Jungs, wer nimmt bei mir ab? Jungs, keiner hat bei mir abgenommen. Neuherz, zweiherz. Links, blau, links, blau, links. Blau, links, blau, links. Komm, komm, Lies, komm hier durch. Hey, du spawnt. Nein, du spawnt hier. Warum läufst du da hoch? Es ist blau. Ich bin doch hierhin gelaufen. Nein, ich bin doch hier hochgelaufen. Nein, ich bin doch hier hochgelaufen. Ich bin durch den Tunnel hier. Ja, bis jetzt bin ich eh vorbei. Ja, hierhin bin ich gelaufen, Luis. Ich habe es noch geschafft. Okay. Das ist der Gent. Ja, ich hole, ich hole. Scheiße. Hier immer nachzahlen. Ey, ist ehrlich. Ach, dann geht los. Ich kann nicht beleben. Nein. Gar nicht. Achtung. Und wieder rein. Mein Agent ist noch aktiv. Spawn links. Spawn links. Spawn links. Spawn links, orange links. Keine schwere Mut, halt. geht in position nicht aufeinander stehen wieder vorne zuerst ich hab das andere ich laufe zu sparen ich bin gefangen abnehmen bei mir abnehmen bei mir abnehmen bei mir abnehmen ich habe so genommen ja es kann ich mich auch nicht befreien im schirm der abstimmen der jetzt schnitt ab das nicht von drinnen abschließen die aktivierung meine stärkung ist deaktiviert das muss einer mit bänden hat sie macht er noch damit muss nichts machen wieso läuft Diese laufen nicht zweimal. Entweder du ist oder ich halt immer, oder? Ja, mir egal. Aber schon zum zweiten Mal, dass keiner mit mir mitgelaufen ist. Wir müssen weiter mit. Ja, aber ich hatte ja vorhin gemeint, weil wir beide Scanner sind, können wir zusammen laufen immer. Aber wenn du Matthias mehr magst, geh ruhig zu ihm. Dann nehme ich Luis und Chris. Ich mach zu wenig Damage. Ich spiele ohne Muni. Und zu wenig Kills. Ein Kills ist ja nicht das Problem. Ich trage hier meistens die Dinger rum. Ich sterbe dabei. Kann man mit dir nicht zuschlagen? Nö. Ah! Wo ist der Agent? Ach, da ist er doch. Blau links reicht's, okay. Ich spiele nach blau rechts. Ich spiele nach blau rechts. Das ist so weit. Alles geschafft? Jetzt, 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 jetzt. Okay, ich komm. Ja, ich komm. Ich hab deaktivierte Stärke. Ja. ja ich kann mit matze hast du strahlung hinten jetzt auch Spawnen! 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 Nimm ab! Nimm mir jemand ab! Kann nicht, ey! Ich bin irgendwie zu schnell! Wieso bin ich zu schnell? Nimm, nimm, nimm! Jetzt! Luiske rechts, ja? Hier rechts! Wind abgeben! Fünf! Abstand! Ja? Abgelaufen! Okay! Hol den nächsten! Jetzt noch eine Schadensphase! Nachladen, Hüter! Ah, das ist schon mein Lauf jetzt! Wortlau! Nach. Nach. Noch eine Schadensphase! Was ist denn? Fast. No, ich kann schaden! � ich habe noch nie gefunden nice orange rechts blue links orange rechts blau links wieder gefallen ich kann er hatte nichts achtung geht es gleich los ich bin da und oh mein gott hat sie nimmt den kanzler aus vorne wieder der captain ja ich wurde vielleicht mit kettner direkt auf mich eingeschlagen die kugel nicht rausgekommen Ich sehe nur, wie die reinballert. Ich weiss nicht. Ja, Schauspannung. Du kannst auch Chaos Spannung nehmen. Ne, ich habe Pfeil. Doch den kritten wir auch. Du kannst auch Chaos Spannung nehmen. Soll ich auch? Da haben wir... Da haben wir nur noch einen. Obwohl... Ne, der lässt der Deal runden und du machst Chaos Spannung. Obwohl, ne. Ne, andersrum. Der Deal hat Chaos Spannung. Ja. Ja, der Deal hat Chaos Spannung. Hast du Geomachschuhe? Guck mal gleich. Chaos Spannung ist mittlere. Ja. Geomachschuhe... Ich habe den Helm, aber bringt er hier was? Geomachschuhe... Ja, dann bleibe ich beim... Links beim Runden oder nicht? Noa-Bombe. 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 Ja. Schade noch Zeit. Ja. Wer nimmt jetzt? Du. Okay. Okay. Ich möchte unten nur noch drücken. Du, Eddie. Okay. Wüsst du uns einfach nur noch drücken? Ja. Ich weiß aber, ob du kновelst. Okay. Wie lange rumzappeln, Alter. Wie lange rumzappeln, Alter. Schon down. Okay. Okay. Let's go. Get off. Okay. Okay. Lüse läuft hin? Ja Lüse Lüse Dün Dün Ja, ok Ich hab schon rausgenommen Orange links Orange links und Ja, Spawn links Orange links, Spawn links Nice Nein Oh mein Gott Kriegt mich jemand Dann Lüse kommt mit Lüse kommt mit zu Orange Lüse kommt mit zu Orange Warte Hast du den Ding mit dabei? Ja, ja, ich hab schon Nimm ab und bei mir Warte, 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 warte Komm, komm, raus Komm, komm Komm, äh Ich hole dich mit jetzt Orange, orange Hüter gefallen Hallo Hallo Das hat ein Exo gefunden Nein Komm, Lüse, ich komme Wir leben Wir leben können Ja Ja, ja Jetzt wär's die letzte Phase Jetzt Irgendes Achso, ich bin fahren Und steht zweimal Nee, ich musste die für anders benutzen Ja, manchmal Ich hab zwei Schüsse Immun gehabt No scope Ich hab ihn Ich hab ihn Deaktiviert Bei mir ist deaktiviert Lüse bei mir ist aktiviert Nein Fuckin' Nice Nice Achtung, der Boss bewegt sich. Tja, ist vorne wieder. Alter. Jetzt. Ach, ficken. Ich kann nicht Chris beleben. Ich laufe, ich laufe schon. Ich geh rechts spawnen, ja. Wer kommt mit mir mit? Ich. Nimm ab. Ah, das. Okay. Nimm so. Ist der gefallen? Der passt schon, passt schon. Getrehen packen. Park rein. Da hab ich drin, ich muss befreit werden, ne? Er hat die aktiviert, meine ist schon, rot schon zu lange, wieder rot. Das geht nicht, ich bin gefangen. Ja, das war's. Gar nicht. Gar nicht. Max, warum hast du mir abgenommen? Du nimmst doch immer bei Matthias ab. Nein. Nein. Ansonsten. Nein. 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 Ich habe gerade geguckt, Donalord macht nicht mal damage auf den Käpt'n. Ich muss sofort auswechseln. Ja, ich muss ihn einmal zwischendurch benutzen, weil Luis da waren zwei Käpt'ns. Und der war ein Dings reinlegen. Oh shit, ich habe vollzogen. Ach, egal. Nicht so schlimm. Ach doch. Aber nicht schlimm, aber ich habe es gemacht. Oh Gott. Ich muss das aufpassen. Pass. Genau links. Ich glaube, ich habe eine zweite. Wo warst du? Echt? Ja. Nehmen wir ab, Luis. Nehmen wir ab. So. Wenn ihr springt beim Dings habt ihr mehr Zeit. Wenn ihr die Kugel trägt und dabei die ganze Zeit springt, geht die Zeit schnell weniger langsamer runter. Die, du nimmst als zweites auf, oder? Ich nehme das erste jetzt. Ich gehe zum Spawn Links. Hab's. Wenn ich Spawn Links gehe, ich muss mir abnehmen. Ich muss mich abnehmen. Ich gehe nach links. Er ist vor links oder res? Nein. Nein, kommt jetzt noch hin. Ich bin wieder gefallen. Ich bin drinnen. Er hat es. Er hat es, oder? Geht ab. Ja. Okay, Damage war's dann. Durchladen. Ich hol's dann später. Ich hol's danach ab, ja. Ich hol's dann. Iron buff is not a thief. Ich hab meinen noch. Habe ich schon, habe ich schon. Ja. Ja, warte, warte. Warte, Aron. Das ist blau links und orange rechts. Blau links, orange rechts. Habe ich schon wechseln. Achtung. Ich hab doch nicht. Ach so, soll ich nehmen? Geht jetzt? Ja, aber ich hab Muni. Hede gib hier. Schlecht, Hede. Ganz schlecht, Hede. Da hättest du gedacht, dass du gecheckt. Alter. Ja, fuck. Ja, und die Dinger haben wir auch nicht weggekommen. 10 vor 10 schon, okay. Ah, jetzt hab ich ein bisschen mehr Damage. Sogar mehr als Nero, lol. Dreck. Ja, bei mir sind manche Schüsse immun. Weiß nicht warum. Ja, ja, ja. Loll. Loll, ganz, ganz stark. Hat keiner... Okay. War ja keine Flagge da. Wollen wir direkt wipen? Wollen wir decken? Wipe, wipe, wipe. Wipe doch. Ich hab keine Muni. Kann nix machen. Ja. Ja, reicht hier auch. Ja, Nova hat gut Damage gemacht, hab ich grad gemerkt. Ich glaub, die Hälfte davon war, glaub ich... Nova passt. Keine Ahnung. Ja. Eigentlich war alles dein Schaden. Eigentlich war alles Nova. Wir haben eigentlich alle gar nicht getroffen. Nee, die Hälfte von meinen Damage meinte ich. Ja. Nee, ich glaub, ihr 500.000 hat deinen Damage. Oder Nova, mein ich. Ja. Hier sind 13.000, was ist deine Waffe. Nee, ich hab noch Granatwerfer drauf gemacht, der hat auch übrigens gut eingedrückt. Der Matze, du bist immer so motiviert hier bei diesen kleinen Viechern hier. Der lässt dich nicht mal hier raus. Ist der denn? Seh der nicht mal. Ja. Ja. Mein Gott, hier liegt schon ein Heavy-Paket für nachher. Ja, echt geil. Hat die Vorhine auch. Ja, ich schnell mal auf. Du grüßt mich mal an, dass keine Faxen mehr sind. Ja. Ist wirklich besser. Blaulinks. Blaulinks. Achtung, Boss geht rüber. Blaulinks, Spawnlinks. Blaulinks, Spawnlinks. Blaulinks, Spawnlinks. Nein, 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 nein. Trim. Ich schlaufe blau. Ich bin gefangen. Nein, 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 nein. Blüß nimmt ab. Blaulinks. Ja, blaulinks. Ich bin gefangen. Nein, nein, nein. Trim. Mama, Mama. Ich. Sorry. Löse. Wuh. Was bewegt sich schon? Ja. Orange, rechts und... Orange, rechts und links beide. Ich bin gefangen. Lebe dich, blebe dich. Ja. Chris, ich laufe mit dir. Ich laufe mit dir hin. Rechts, orange, orange. Orange, Chris. Krieg's orange. Chris, ich laufe hin. Ja. Ja. Trim. Fuck. Und ich hab auch drin. Ja. Okay. Überall, die scheiß. Was? Damage Phase. Ich sehe nur, wenn man nicht automatisch nachlädt. Den Banner aufnehmen. Ja. Schön. Ich muss tauschen. Ja, ich hab nur noch. Ja. Ja. So. Ich hab nur keinen. Was denn nimmst du? Ich hab nicht gefallen. Ich kann dich nicht beleben. Toli, Toli, Toli. Ja, stimmt. Ich hab noch 30 Sekunden cooldown. Ja, der links kommt, ich beleben, dann nimmst du's wieder. Einmal was. Ich muss... Da liegt. Nein. Hier, ne Luft. Da. Da, ne Luft. Da. Oh mein Gott. Da. Da oben, überm Boss, überm Boss. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Ich bin unter... Ne, der Boss hat mich rausgekickt aus damit. Ah, unterm Boss ist der Scanner. Wir raten einfach. Das linke habe ich. Raus geschossen wird. Ich auch. Ich hab den Scanner. Spawn links. Und orange links. So weit mehr. Ich bin gefangen. Ich bin gefangen. Ja. Ich lauf bei dir. Ich lauf bei dir. Wo müssen wir reintun? Links, links müsst ihr ja. Orange, links. Ich hab wieder keinen Scanner mehr. Ja, ich glaub schon. Irgendwie. Ich lauf bei dir. Jetzt geht's los. Nice, Jungs. Geil. Ich bin dein Tränkelaufen, Erik. Ich lauf. Ich hab den... Ich lauf orange, ja? Ich lauf orange. Wo war das orange links? Ja. Nein, nein. Wir sind tot. Oh, fuck. Ich hab's da aus... Chris, nimm auf. Chris, nimm auf. Bei uns. Bei mir. Bis zu presser. Bitte gefallen. Ich könnte gern ein trainern. Chris, Chris... Deht nicht mehr jetzt, oder? Bitte gefallen. Weiß du mich? Ist offline. Oh, ich reiß, Chris war das. Bitte gefallen. Ja, er war eh offline. Ah, so. Ah, ich glaub Conzentration ist bei den meisten aus. Eintrei? Okay. Hm, ja noobs. Nice, Luis Alter, wieso machst du immer so viel Damage? Geheim. Aki. Mots. Perfekt Heavy Package, John, nice. Klar, ich hab auch eins. Nice. Willst du nehmen? Achtung, es geht gleich los. Hey die, geh du rein, geh du rein. Ich, 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 ich geh orange recht, ja. Kann alle gefehlen. Orange, orange recht, geh. Schuza. Ja. Luis, kannst abnehmen. Orange. Ja. Sind beide drinnen. Ich muss abgeben, Luis. Achso. Noch ein Heavy-Paket, Luis. Alter. Es ist ein Glücksfall. Ah, da ist nichts. Achtung, es geht gleich los. Es geht gleich los, geht los, oder? Ja. Es geht schon los. Ja, ich nehm das dann schon mal, ja. Ich, ich, ich gehe, ich gehe, ich gehe spaw, ich, ja, ich gehe spaw rechts. Nice. Nimm ab, nehm ab, nehm ab, Chris. Und gefangen? Neis. Das war in rechts. und zu reinlegen schon da ist ja ich habe kein problem und ich wollte einfach macht er auch auf mich geht los hä ach, stand ein bisschen so weit hinten glaube ich hä, was war denn das jetzt schon wieder? ich stehe neben euch das muss auch halt nicht passieren ich weiß nicht, ich rede direkt mit euch er muss abgeben oder habt ihr schon? ich muss abgeben, tust ja nice, nächstes mal ich brauche heavy ammo man, hier liegt nichts ich habe voll nice hast ja kaum geschossen was er tut ne, ich habe schon heavy habe ich verschossen alles boah heavy Achtung, da geht zu blau das war das Spawn links rechts, gell? ja das war das vorne wieder so, hier ist der Schlauch links das war links da, ne? wie schnell macht, wie schnell macht ich könnte schon reinpacken drin nein nein ich schwere ich muss tauschen ich muss tauschen ich schlafe da mit Matze Achtung Achtung, geht gleich los Achtung auf die Dinger schießen da geht schon Position ja, ok ich nehme ein woher läufst du? ich nehme Spawn links ich lauf dann blau rechts glaube ich ja nehm ab, Luis, nehm ab ja nehm ab drei hinpacken drei hinpacken drei hinpacken ok erst kommen nur mal ja erst nochmal zweite Damage Phase mhm hab ich schon ich hab irgendwo ok 32 da liegt nochmal gehts los was komm gseh nu oh ok mal drei Runden Zeit die Wute ist nah oh yeah ja weil man drei Damage Wuten hat ja, aber wenigstens noch Zeit noch was zu sammeln ich pack rein ich geh orange rechts ja, dann ich habe dann was wir tun ich mache was wir tun das nicht nicht was es ist ich mache wir tun was wir tun gar nicht was ist das nicht was ist das nicht gar nicht ach komm was geht noch nicht noch nicht zu blau ich gehe ohne rechts ich bin gleich da ja spawn links spawn abschießen ich gehe spawn links ich gehe ohne rechts ja haben wir schon bist du offline nimm mal ab jetzt wer ist bei mir wir müssen befreit werden wir müssen befreit werden befreien rechts gell rechts ja ja rechts hab's drin ja ja ist noch eine andere station ich glaube ich kann ich kann glaube ich auch ja ich glaube ich glaube ich glaube ich geht schon los achtung geht los uns hinten abschießen äh mit rechts blau rechts blau rechts blau rechts und spawn links ich gebe ich gebe ja ich nämlich ich habe sie blau rechts blau rechts ich bin mit dir nehmt mir ab nehmt mir ab habe ich 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 noch mal die adz weg rechts und ich habe auch drin ich habe auch drin ja die zipfel den kriegen wir da schon das packen wir komm nice schmach ohne frei ohne schmach weiter 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 da drüben muss man damage machen pass auf das ding mit den riefen spawn ich bin auseinander auseinanderbleiben Kopf ist crit glaube ich ne doch ja ah in fuck wieder spawn ja macht super macht alles drauf was ihr habt ja ich habe keine muni mehr was ja ja nein krank was ist was ist was ist was ist Keine Wurzeln Fuck Mann Schade Spinn Ich muss mal schauen, wie lange ich arbeiten muss Ja gut, ist aber da Frühstens Alter, es war einfach nur wegen Muni, man Ja Also haben wir durch Pet verloren Da musst du auf jeden Fall Dings reinmachen Munitionsfinder bis nun geht nicht mehr Ja, da ist ein bisschen drin Das will nochmal Ich hab nichts Na gut, geh raus Erik Oh, Schaden Naja Ich mach gleich mal rein Aber morgen schaffen wir das ganz easy Dann schaffen wir das morgen auf jeden Fall Jetzt hätten wir das auf keinen Fall geschafft Nee Ich sag, ich hätte einer von uns noch ein Päckchen Heavy gehabt Es hätte gereicht Ja Ja Ich hab Shotgun in alles und das... Oh, mehr warst du nicht Fuck Klar Naja Naja Augeung ist gut Ich bin auch weg.